jawohl so jetzt haben wir das genügend davon jetzt können wir die färben kommt nur eine wolle raus willst du mich ver- hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft cd2 mit dem seftech ages modpack und dieses mal allein und wer nicht weiß warum der muss mal ein bisschen nachschauen und zwar am mittwoch habe ich aus gesehen zwei folgen veröffentlicht wer das nicht weiß kann einfach meinen kanal abonnieren ja das war ein fail eigentlich sollte die eine folge die spätere folge erst heute kommen aber wie gesagt da habe ich einen kleinen fail gelandet und deshalb kommt heute muss ich also ich muss zwischendrin noch eine folge aufnehmen um den fehler wieder weg zu machen und heute werden uns um ein paar kleinigkeiten kümmern die jedes leben einfach einfacher machen dazu gehört aber auch dass wir unbedingt wolle brauchen und die müssen wir uns erstmal herstellen mit einem work blade es ist ja und strings brauchen wir auch weil wir müssen ein paar hopper machen so jetzt hoffe ich dass da noch ein paar sticks sind wir brauchen insgesamt sieben hopper weil wir ein bisschen was umbauen wollen und zwar brauchen wir den advanced hopper weil dieser normale hopper der nimmt nur direkt von gegenständen also von 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 dem von dem ofen zum beispiel was auf und dieser hier müsste eigentlich wenn es funktioniert genau der nimmt die sachen auch so auf dass also getroppte items nimmt er auf und davon brauchen wir welche jetzt haben wir die hopper das gehört zusammen mit dieser geschichte das kommt mal weg und dann brauchen wir was oder beziehungsweise was wir uns noch machen wollen ist endlich mal ein eigenes bett und dafür brauchen wir wolle wir wollen uns dieses leim bett machen ich mag die farbe einfach so dafür brauchen wir erstmal leim drei den haben wir drüben ist alles da aber die wolle haben wir nicht und wir brauchen hier den wicker und dafür brauchen wir sugarcane gebrauchen oder das habe ich ausgerechnet wir brauchen acht wir brauchen hier soll drei solche oder drei solche das heißt wir brauchen zwölf wicker so ich will auch jetzt nicht zu viele machen ich möchte jetzt erstmal genau die anzahl machen die wir auch brauchen dann müssen wir noch ein bisschen holz mitnehmen und warte ich glaube davon brauche ich nachher auch noch welche so media hat hier ein bisschen den weg mal wieder begradigt so wie es von wie wir es von ihm kennen ich bin ich bin ich bin heute richtig vorbereitet so hier haben wir den leim werden green davon brauchen wir moment dann drei wir brauchen acht wollen acht wolle brauchen wir so zuerst machen wir das aber in weiß weit fließt brauchen wir noch das geht glaube ich so wo ich hoffe das reicht das reicht nicht wir brauchen noch mehr baumwolle so wir machen jetzt erstmal hatte wir brauchen acht wir brauchen nur eins davon ich war mal zwei dann können wir nämlich da ins da kriegen sogar zwei raus wir brauchen nur eins dann können wir das nämlich noch in die datenbank sozusagen mit einpflegen hier einmal das da und das da uns fehlt jetzt noch ein weit fließt das holen wir uns jetzt mit zwei menschen schnell moment die erde kann ich hier mal weg machen hatte noch ein bisschen erde im inventar zum glück bauen wir hier unsere ganze sachen schon an so dass es nicht zu aufwendig ist an die ressourcen zu kommen wir müssen nur ein bisschen laufen und hoffen dass hier genug baumwolle da ist habe ich gerade schon mal ein bisschen vorher abgeändert ich habe ja alle ressourcen soweit vorbereitet das ist jetzt aber nicht reicht daran habe ich eigentlich nicht gezweifelt so dann haben wir die sitze immer wieder weg gut so jetzt kommen wir mal wir müssen das hier so rein machen dann mit der work plate machen wir das strings draus und dann machen wir hier weit fließt raus subi ich gehe mal gerade hier ein weil ich glaube da könnte es sogar noch weit fließ eigentlich sein mir habe ich schon alles gehe raus geholt gut dann machen wir uns dieses teil hier wie kann ich das fließ färben ja wie krieg ich denn leim fließt leim wahrscheinlich leim fließt können wir uns gar nicht machen was sollen das auch nie okay warte dann müssen wir uns wolle kraften wie kriegt denn wolle ach so mit diesem teil so und dann haben wir aber viel zu wenig gebraucht hat wie viel wolle brauchen wir denn ich dachte ich krieg das jetzt ruckzuck fertig das das wird ja gar nicht gehen so schnell von was kriegen wir denn alle strings bolt of string haben wir nicht verschiedene fließarten haben wir auch nicht bogen haben wir auch nicht damit ist ja krass wie viel ressourcen wir dafür brauchen okay dann muss das ein bisschen warten oder warte 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 ich habe eine idee ich habe eine idee wir haben hier doch irgendwo eine schere drin flinchere dann müssen wir halt dann müssen wir halt ein paar scharfen das fell abluchsen scharfe haben wir leider hier keine aber ich glaube da hinten waren welche eingepfercht ich hoffe mal die zombies lassen noch ein bisschen auf sich warten so ich hoffe mal dass das jetzt klappt wenn das auch nicht geht dann haben wir ein problem da kriegt man ja weit fließt viel schneller nein die hauen jetzt natürlich ab ist ja logisch ich habe keine lust auf zombie schlacht okay wir sollten auf jeden fall jetzt genug genügend fließt haben schnell weg rennen da kommt ein zombie creeper ich glaube wir können das hier weiter produzieren wir gucken mal so dann sehen wir wenn da was zur tür reinkommt so fließt haben wir jetzt ach so auch nicht dann brauchen wir noch ein paar wicke kriegt man davon genug raus ich vermute nicht ich brauche insgesamt acht hier drei das passt wir brauchen nur noch brauchen nur noch ähm sugar canes ich hoffe mal dass wir haben noch auf jeden fall 60 rumliegen das weiß ich ich nehme hier einfach noch ein paar mit wenn wir schon auf dem weg sind und ich dachte ich wäre gut vorbereitet 3 brauchen wir noch ja komm ey was machst du denn so jawoll so jetzt haben wir das genügend davon jetzt können wir die färben kommt nur eine wolle raus willst du mich ver alter das gibt es doch nicht ich mache mir hier so eine mühe und dann kommt nichts raus okay leute das macht meinen ganzen plan ein bisschen durcheinander weil jetzt brauche ich natürlich viel länger wie ich eigentlich gedacht hatte ja okay müssen wir halt da müssen wir halt so machen wir brauchen so viele ressourcen das ist unglaublich und fließt brauchen wir natürlich auch noch eine ganze menge wir haben hier zwar überall ein bisschen schucke canes angepflanzt aber das reicht einfach nicht davon brauchen wir auch noch so aber jetzt muss eben alles mal ein bisschen nachwachsen und deshalb kümmern wir uns nicht um den zombie sondern um die zweite sache die wir noch unbedingt verändern wollen und die findet in diesem haus statt hier möchte ich eine eierproduktion starten und zwar kommen hier dann ja die 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 wie heißen sie denn und wird eben mit hoppern gleich verstaut in die kiste rhein und dann können wir nämlich müssen wir nicht immer die hühner aufsammeln also ihr kennt wahrscheinlich die ganz normale eier fahren die es ebenso gibt die bauen wir hier hin dann sollte das hier wird das haus hier das neue häuschen fürs essen weil im moment müssen wir immer zum zum mühle rennen und das möchte ich verhindern oder verändern vor allem hat dieses haus ja auch keine funktion so gesehen bisher so boden eingezogen hier machen wir so was wir jetzt natürlich nicht dabei haben ist säune ich kann mal überlegen wie ich das löse ich mir da einfach noch welche macht das ist falsch so wir müssen da ja nicht wirklich rein das heißt wir können das auch zu machen so eier haben wir nicht mehr mitgenommen haben wir unten glaube ich wieder in die kiste gelegt sogar das so gut dann holen wir uns mal hier ein paar eier und hoffen dass da gleich auch ein paar küken rauskommen inzwischen ist die eierproduktion hier recht gut und wir kriegen so 20 eier glaube ich 28 sogar übelst gut wir gucken jetzt erst ob da rauskommen weil sonst haben wir das vielleicht vergeigt so und was ich meine seht ihr nämlich jetzt gleich schon drei hühnchen haben wir schon mal das ist super natürlich wenn die da oben auf dem fenster sitzen und dann eier produzieren seht ihr hier kommen die rohen eier an und dann können wir hier gleich apfelkuchen draus machen zack das weg federn kommen hier rein dann machen wir alles hier rein aber das ist eben mein gedanke dann geht es viel schneller da liegt jetzt noch ein ei rum aber wir werden die fenster irgendwann nach innen versetzen und dann ist es auch kein problem mehr wir gehen jetzt mal gucken ob wir noch ein paar schafe ihre wolle entledigen können das wäre gut ich hoffe mal die sind nachgewachsen das blöde war natürlich dass hier jetzt ein paar schafe abgehauen sind hallo 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 das heißt wir kommen jetzt im moment gerade gar nicht an so viel vlies ran geh mal weg da und in das in das frei werdende feld von denen von den hühnern werden wir dann entweder schafe oder schweine einbauen ein pferchen das weiß ich jetzt noch nicht müssen wir dann gleich mal schauen aber das werde ich wahrscheinlich auch offscreen machen ja bis die tiere da drüben sind das dauert ja so ich gehe jetzt mal gucken wie viel wir da jetzt rauskriegen wir brauchen ja noch minimum 16 stück vier haben wir also das wird noch eine weile dauern das machen wir dann in der nächsten folge das mit den hühnern haben wir ja in dieser folge gut hingekriegt die tierchen hier die können wir jetzt mal gepflegt hier ja schlachten das gibt ein gutes fest mal und dann haben wir hier eben wie gesagt platz für anderes viel zeug außerdem kriegen wir jetzt gut mal ein bisschen fleisch zu sein so komm versteckt euch in einer ecke damit ich euch alle kriegt dieses herben verhalten ist schon krass haben sie gut gelöst so wir bauen jetzt mal in dieses fenster ab da ist kein hündchen mehr das ist gut verdammt beeilung sonst haben die hündchen durchs fenster ab so wollte ich das haben da ist sogar noch eins wo kommt denn das jetzt her so die die sind leider an der falschen position die kann ich jetzt nicht verändern das hier aber das ist auch nicht so wild das machen wir halt dann irgendwann anders seht ihr das hündchen kommt hier nicht mehr hoch das ist in der sache jetzt beeilung da ist grad frei gewesen sehr gut so das ist jetzt unsere eierlegende hühnerfarbe nicht wollmilchsau sondern hühnerfarm wie gesagt das mit dem bett müssen wir wann anders machen dann machen wir in der nächsten folge weil ich brauche auf jeden fall ein bett und ja ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat like abo oder kommentar und bis zum nächsten mal ciao